so leute herzlich willkommen wieder bei eurem hellracer und zwar leute geht es heute mal um ein ernsteres thema ja nach über zehn jahren euro mal ein kleiner rückblick ob sich was gebessert hat und naja wenn ich ehrlich bin laut meiner antwort ganz eindeutig nein ganz und gar nichts hat sich ja alles noch verschlimmert guckt euch mal um zu dem markt zeiten hätten wir so niemals eingekauft wie wir es heute mal machen ja hier mal so ein paar kleine beispiele also ich war es letzt in frankfurt am main und zwar in dem neuen einkaufszentrum skyline plaza das hört sich schon alles recht teuer in skyline plaza was weiß ich da haben sich ein paar kumpels in eis geholt und da hat eine kugel eis ja hat 1 euro 20 gekostet leute da sind zwei mark 40 ja früher hat eine kugel eis mal 50 pfennig gekostet 50 pfennig und das war damals noch richtig viel ja klar sagte jetzt frankfurt das ist halt ein bisschen teurer aber das ist doch nicht nur dort so geht doch mal zum bäcker und kauft ein kilo brot da legt er mal locker 250 hin ja das wären fünf mark fünf mark oder guckt man die ganz normalen brötchenpreise an ja wenn ich zum penny gehe dann zahle ich für ein aufbackbrötchen was sie selber dort aufgebacken haben 13 cent ja das sind 26 pfennig für habe ich vielleicht fünf pfennig für ein brötchen bezahlt ja für ein ganz normales natürlich kein mohnbrötchen oder so aber trotzdem es geht ja ums prinzip wenn was weiß ich die bäcker das früher verlangt hätten ja noch zu dem markt zeiten dann hätte es keiner gekauft oder man hat denen das brot hinterher geschmissen weil es so teuer ist und das brot von den bäckern das hält ja nicht mal eine woche das hält vielleicht was weiß ich zwei drei tage und danach wird es hart wie stein also qualität ist irgendwie auf der strecke geblieben hauptsache nur noch profit und dann auch das mit dem auto benzin was kostet ein benzin ganz normales super bleifrei benzin kostet heutzutage im schnitt sage ich jetzt mal 155 das wären 3 mark 10 werden früher für 3 mark 10 getankt ja auch kein schwein der lieber das auto stehen lassen wir mit der bahn gefahren aber nein heutzutage ist irgendwie ganz normal da freut man sich ja noch wenn es benzin was weiß ich dann mal 1 45 kostet hoch ist das günstig nee ist es nicht das ist einfach alles sauteuer das ist so richtig teuer alles geworden es ist also es hätte sich früher niemals vor niemals jemand vorstellen können vor dem euro das ist einfach nur abzocke das einzige was ganz was ganz normal geteilt haben ist unser gehalten unser gehalt was wir jeden monat kriegen das ist immer noch die hälfte mit dem euro das haben sie auch sehr schickt gemacht sehr geschickt gemacht alles hört sich wenig an auch des kosten euro des kosten euro ja aber dass man auch so wenig gehalt bekommt das ist den wenigsten ist das klar ne ja du bekommst nicht mehr was was ich 3000 mark oder zweieinhalb tausend mark nein da bekommst du noch 1200 1300 euro und mehr nicht ja genauso wie eine tüte chips was kostet heute eine ganz normale tüte chips knapp zwei euro das sind vier mark wer denn früher vier mark für eine tüte chips bezahlt ne leute denkt doch mal darüber nach oder ein döner was kostet heute ein döner sagt mir mal vier bis fünf euro ein ganz normaler döner ohne schafskäse natürlich ganz normaler scheiß döner das sind knapp zehn mark zehn mark für einen döner denn hätten sie früher selber fressen können hätten wir ihre scheiß fresse getritten er sagt hier behalten scheiß ja aber was will man denn dagegen tun nichts man muss essen man muss trinken also muss man zwangsweise einkaufen tanken und so weiter na ja aber es trotzdem eine riesenfrechheit von deutschland ja und von den ganzen politikern die uns die uns beherrschen ja so kann man es ja sagen weil heutzutage kannst ja sowieso nichts mehr dagegen machen die politiker die ziehen uns einfach nur ab ja die sollten sich echt schämen aber im gegenteil ja die kümmert das ja gar nicht bei circa 10.000 euro gehalt im monat und die bekommen ja sowieso alles bezahlt geschäfts essen geschäftswagen die wohnung oder das haus das kriegen so wahrscheinlich auch noch bezahlt es wird einfach immer schlimmer in deutschland ja es wäre schön wenn sich die politiker mal gedanken darüber machen würden wie man dem volk helfen könnte und nicht sich selbst ja das wäre mal ein richtiger einsatz aber nein das kümmert ihr gar nicht kommen immer nur noch blödere gesetze raus dass deutschland einfach immer mehr abgezockt wird ja denkt mal drüber nach leute wenn ihr mal einkaufen geht also dann macht's mal gut und naja bis die tage also ciao Ciao